Die Vermaßung von Wandscheiben kann je nach Plankonstellation Auswirkungen auf die Vermaßung des Gesamtobjektes haben. Wir haben hier neben dem Haus eine separat stehende Garage. Wenn wir die Vermaßung des Hauses auf die Garage erweitern wollten, so könnten wir eine der Wandscheiben markieren, bei Wandeigenschaft übernehmen, sagen alle Wände des gleichen Wandtyps im aktuellen Geschoss und könnten im Register Vermaßung im oberen Bereich bei Bemaßung Nord, Süd, Ost und West, dies ist die automatische Vermaßung, sagen, er soll uns einfach alle Wandscheiben in alle möglichen Vermaßungen entsprechend integrieren. Wenn wir dies mit OK bestätigen und die Übernahme für die Vermaßung aktivieren, sehen Sie, dass wir nun die gesamte automatische Vermaßung des Hauses und der Garage erweitert haben. Selbstverständlich können Sie jetzt individuell hier für einzelne Wandscheiben wieder bestimmte Ausschlüsse vornehmen und zum Beispiel die Vermaßung dieser Wandscheibe im Westen auf Nein stellen. Gleichzeitig können wir, wir machen einfach rückgängig, natürlich auch die Vermaßung der Außenwände so bestehen lassen, wie sie sind und uns dafür entscheiden, dass wir den einzelnen Wandscheiben im Register Vermaßung keine zusätzliche Integration in die automatische Vermaßung geben, sondern wir an die einzelnen Wandscheiben eigene automatische Maßketten dranhängen. Ich aktiviere zum Beispiel bei der oberen Wandscheibe lediglich das Gesamtmaß und die Außenwände. Dies würde ich bei der rechten Wandscheibe ebenfalls tun, das heißt Außenmaß und Außenwände und bei der unteren Wandscheibe würde ich in der Vermaßung Gesamtmaß, Außenwände und Öffnungen aktivieren. Ich kann natürlich, wenn mich das Ergebnis noch nicht befriedigt, diese Vermaßung je Wandscheibe entsprechend noch einmal verändern. Ich kann zum Beispiel bei der unteren Variante auf den Maßkettenabstand der automatischen Vermaßung zugreifen, bei der rechten Wandscheibe die automatische Vermaßung meinetwegen wieder ausschalten, stattdessen definieren, dass ich im Norden diese Wand bemaßt haben möchte und bei der oberen Wandscheibe auch hier die Vermaßung automatisch wieder wegnehme, aber sage, ich möchte sie in der Westvermaßung entsprechend sehen. Das heißt, Sie sehen, es stehen Ihnen sämtliche Varianten hier in der Kombination entsprechend zur Verfügung.